Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid. Aus Leipzig zu 500 Euro, wer mir den besseren Dünner liefert. Also die Regeln sind, denke ich, klar. Wir haben hier den Ehrenmann Robin. Grüß dich, Robin. Und wir haben den Christian. So, für euch ist wichtig bei diesem Video ein Special. Also zum einen, ihr müsst natürlich abonnieren, wenn ihr in der nächsten Folge dabei sein wollt. Und die Likes in diesem Video entscheiden, was das Preisgeld ist für die nächste Runde. 1000 Likes, 100 Euro. Allerdings gedeckelt, wenn ihr jetzt voll übertreibt bei 3000 Euro, damit ich nicht arm werde. Also ihr könnt entscheiden, wie viel das Preisgeld beim nächsten Video ist. Ja, und ihr könnt euch bewerben für die nächste Runde. Wir legen los. Lieber Christian, stell dich doch mal ganz kurz vor. Das vielleicht noch. Ja, also ich bin der Christian, komme hier aus Leipzig und habe in den Kommentar geschrieben. Ich bin ziemlich schnell und schwupps stehe ich hier. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich gute Chancen mit meinem Dünner habe. Auch wieder ein Glatzkopf. Letztes Mal hatten wir auch einen Glatzkopf. Das stimmt, ja. Der Robben oder so. Ja, 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 genau. Warum denkst du denn, du wirst den Christian abziehen? Ich denke nicht mal, ich werde ihn abziehen. Ich denke, das wird heute ein gutes Battle auf Augenhöhe. Weil das beides gute Dönerleiten sind, auf jeden Fall. Ja, wir lassen uns überraschen. Ich gönne es ihm auch. Also wir machen jetzt hier heute definitiv... Harten Zweikampf. Aber du willst gewinnen? Natürlich. Wer möchte denn nicht gewinnen? Ich frage das, wie die Leute. Manche sagen nein, ich schwirr es hier. Wir gehen direkt starten mit einem guten Robin. Zu dir jetzt erstmal. Wir testen jetzt deinen Döner. Da sagst du gleich was zu. Aber Robin, womit überzeugst du mich heute? Was wird mich heute flashen? Und warum du mir gerade, du hast ja tausend Döner, die du hier mit vorstellen könntest, warum wählst du diesen hier? Der Spieß. Der Spieß. Das ist der absolute Hammer. Den wirst du gleich sehen. Der hat das selber geschichtet. Ja. Und das schmeckt ganz anders als ein normaler Döner. Der ist richtig special. Salam Aleikum. Oh, guckt euch mal an. Ihr seht, wie das hier wabbelt, das Fleisch. Das ist nicht gefroren. Wenn das so eine Doppelbefestigung hat, dann ist es gefroren. Er hat es mir nochmal genauer erklärt. Das hat mit den Beförderungsmaßnahmen zu tun. Aber der ist frisch geschichtet. Der fragt dich am Anfang. Willst du den so Allmann mäßig oder original? Kennst du dich aus oder kennst du dich nicht aus? Frage. Okay, okay. Ich nehme einfach original. Das ist das Beste. Original. Und die haben aber auch richtiges Fladenbrot. Da haben die nur das. Die haben selbst gebacken das auch noch. Gut. Dann gehen wir direkt rein. Er winkt schon hier. Geil. Ja, dann guck mir mal. Und die zwei Brillenschlangen werden heute auch abreißen, Mann. Sei ehrlich, wenn es an die Buletten rangeht, nimmst du die Brille ab oder lässt du auf? Ich lasse auf. Echt? Du lässt auf? Dann muss man sehen. Da hast du übrigens deine Freundin. Schönen Spiels habt ihr. Sieht gut aus. Das soll der beste Döner der Stadt sein. Habe ich mir sagen. Sagt der mit der Brille da hinten. Echt? Ist so. Ist so, ne? 2005, 2004. Und die Fleisch, wir machen selber. Weil wir haben Fleisch rein drüben. Wir machen frischendes Fleisch vom Topf. Hier. Jeden Tag. Hier nehmen wir den Döner. Wir nehmen ihn so, wie du sagst. Original, ne? Das ist die. Was ist das für Soße, mein Lieber? Können wir die einmal zeigen, nochmal? Ja, wieso? Macht ihr die? Ah, das ist ja schon eine Special-Soße, ne? Das ist schon special. Also ich kriege heute einen Döner, wie ich ihn womöglich, ne, wo ich hier noch nie gegessen habe. Also er schmeckt auch nicht, wie du ihn kennst. Ich glaube, das ist das, was hier kickt. Ich weiß gutes Fleisch, nämlich Zwiebeln, Tomaten. Wenn sie noch Petersilie reinmachen, auch gut. Aber das ist basic. Das ist so, wie ich das haben möchte. Ist sehr gut. Also Jungs, stundenweit. Es wird jetzt der Döner getestet. Also der Döner sieht geil aus. Robin, sag ich dir wirklich. Ihr seht durch und durch Self-Man. Hier hat man nochmal ein dickes Stück Fett drin. Manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich finde das geil. Ich finde das geil. Und das Fett ist halt auch das, was einfach schmeckt. Klar. Aber verstehe ich auch, wenn das jemand unappetitlich findet. Guck mal, wie schön braun auch das Ganze. Also erst mal sehr knusprig. Du merkst komplett dieses, ich sag mal, Toast-Feeling. Dankeschön, dankeschön. Das ist schon mal optimal, on point. Also die Sauce, die du hier drauf machst, ist sehr dominant. Das muss man dazu sagen. Ich hätte es sogar komplett ohne besser gefunden. Ich muss jetzt drauf schauen, wie es ist, wenn hier hinten mehr Fleisch kommt. Ich habe halt gerne, dass ich dieses Feeling habe, wirklich das Fleisch zu schmecken. Und es nicht von den Soßen überlagert wird. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Was ich auch interessant bei dem Döner finde, Robin. Der ist nicht gewürzt überladen. Er ist sehr dezent noch. Wird Fokus drauf gelegt, dass man halt die Zutaten auch noch schmeckt. Schade, die Sauce ein bisschen zu doll, aber zum Hintergrund geht es auf jeden Fall klar. Also ich nehme sogar noch extra Soße. Ich nehme sogar extra noch raus. Voll mein Geschmack. Es wird weniger zum Schluss. Da, wo das Fleisch mehr wird, schmeckt man jetzt auch das Fleisch. Es ist dezent. Es ist alles selber produziert. Der hat schon alles hier Hand und Fuß. Christian, was hast du hier? Das ist halt eine komplett andere Erfahrung, wenn man es jetzt wirklich mit einem normalen Döner vergleicht. Mit einem Standarddöner. Der ist lecker, aber halt anders. Ich finde ihn persönlich sehr lecker. Das ist so ein Döner, der ist sehr gewagt, um ihn in der Allgemeinheit zu präsentieren. Ich finde es echt geil. Ich glaube, ein normaler, der hingeht und einen normalen Döner kennt und ist, der ist von der Weise ein bisschen, sag ich mal, vom Kopf gestoßen. Du hast halt mal eine kleine Sehne drin. Du hast mal unter Umständen einen kleinen Knorpel drin. Dann muss man schauen, was ist man für ein Typ. Und ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, das ist nicht meins. Abschließende Worte zu diesem Döner von mir. Besonders special, aber auf der anderen Seite auch sehr gewagt. Und das versuche ich jetzt einzuordnen. Ich werde das sacken lassen und zum Schluss gibt es die Bewertung. Aber erstmal natürlich dein Döner jetzt. Olive Tree Pasta. Das ist natürlich erstmal wenig vielversprechend, aber da ist auch nur ein Dönerschild. Das muss man dazu sagen. Also ich hoffe, man sieht das jetzt hier durch. Da ist auch noch ein Dönerschild. Was erwartet uns jetzt hier? Du wolltest eben schon was vom Messer sagen, aber ich habe dich nicht ausreden lassen, weil ich die Kamera noch nicht anhatte. Dadurch, dass das hier ein sehr hochverklimatierter Laden ist, haben die hier der Gerät. Haben die der Gerät? Die haben der Gerät, ja. Okay. Und vom Döner her generell? Also wirklich ein lecker Standarddöner, ja. Standarddöner. Ihr seid glatzen, Brüder. Du strahlst richtig. Gefällt mir. Gefällt mir. Ihr habt da einen dicken Klopper, ne? Anspielst. Was ist da los? Seid ihr die Nummer 1 in Leipzig? Ja. Ja? Vom Geschmack auch oder nur vom Umsatz? Alle. Alle, ne? Geil. Sieht gut aus. Guckt euch mal an, hier. Wir haben dicken, dicken Fleischspieß hier. Und der Gerät. Ist das notwendig hier? Das schafft ihr nicht mehr alleine, ne? Braucht ihr der Gerät? Manchmal. Beste Mann im Laden, oder? Ja, der ist der erste. Er ist als erstes im Laden. Ist das überhaupt ein Döner oder ist das ein Drehspieß? Ein Drehspieß, ne? Ist das ein richtiger Döner? Ist das ein richtiger Döner? Ich habe zwei Jungs am Start. Wer mir den besseren Döner zeigt, kriegt 500 Euro. Okay. Ja, ja, ja. Und wenn er es gewinnt, kriegt er 500 Euro. Und denkt dran, euer Kommentar für die nächste Runde. Ihr könnt dabei sein und absahen, ne? Wie nehmen wir unseren Döner? Wie essen wir ihn hier? Wir nehmen einen Standard-Döner mit Knoblauch, Curry und scharfe Soße. Auf Berlin angelegt. Knoblauch, Curry, scharf, okay? Und Gemüse komplett. Ich backe das nur für euch. Bäcker. Ja? Türkischer Bäcker? Türkischer Bäcker? Ja, genau. Okay, sieht gut aus. Schön Sesam oben drauf, Kümmel oben drauf. Kann was werden. Du sagst, es gibt was ganz Besonderes hier. Oder war das jemand anders, der das gesagt hat? Nee, Staubi, das hab ich nicht gesagt. Nee? Oh. Robin, bist du jetzt ein bisschen eingeschüchtert bei dem Döner oder bist du immer noch siegessicher? Ein bisschen, aber die Bräunung ist noch nicht ganz optimal. Das wird am Ende das wichtige Kriterium sein. Also ich sag's dir, die heizen nicht richtig ein. Das kann der Gerät natürlich nicht so mit der Hand machen wie, sag ich mal, ein Mitarbeiter mit einem Messer. Kommt drauf an, ob dich hier die Soßen überzeugen. Ja, also Kräuter, Knoblauch, scharf kann richtig reinknallen. Kann gut sein, ja. Und da kann halt so ein typischer, sag ich mal, Hackfleischspieß auch schon heftig sein. Das sind einfach die zwei besten Döner in Leipzig. Aha. Und genau so, das wird ein hartes Bellenlauf für dich. Also hättest du deinen nicht vorgeschlagen, hättest du den dir vorgeschlagen. Genau. Boah, das sieht schon gut aus, ja. Wir haben hier natürlich eine komplett andere Nummer, komplett andere Philosophie, die hier gefahren wird, als dieses Berliner Ding. Sag ich mal, auch Fleischqualität wird natürlich nicht so wertgelegt wie bei Haji Baba, aber du hast unter Umständen hier ein Gesamtpaket, ne, mit den Soßen, Geschmacksexplosion, ganz anderes Brot, ganz andere Optik. Alles ist einfach anders. Was mich überrascht, nicht im negativen Sinne, aber schon viel Salat auch drin. Also gefühlt hatte ich gerade wirklich deutlich mehr Salat und es war auch sehr im Fokus. Interessante Soßen aber, interessante Soßen, Berliner Zeit. Ihr seht hier halt nochmal schön, Sesam, Kümmel, sozusagen, wenn ich nur auf die Soßen gehe, war ich nicht so der Fan von deiner Soße, da fühle ich die ja deutlich besser von dem Döner. Das ist ja das Klassische, wie man es kennt in Berlin, das machen sie auch gut. Sehr interessant mit dem Salat, dass sie da so viel Salat haben und Außenfleisch in den Salat. Nicht verkehrt. Jetzt merkt man wirklich auch den Sesam, den Kümmel, geil. Das ist gut. Wir gehen rüber in die Bewertung, ich gehe nochmal mit Zahlen und wir wenden jetzt hier gleich die Bewertung machen. Zur Bewertung, ihr Lieben, zur Bewertung. Ich hole mal eben schon mal das Cash raus. Übrigens ein Special. Solltet ihr echt voll eskalieren und die 30.000 Klicks voll machen und wir kommen auf das Maximalpreisgeld von 3.000 Euro in der nächsten Runde, ist die Regelung so, ab 30.000 kommt ein dritter Kandidat für das nächste Video mit dazu. Das auch für euch. Merkt euch das jetzt. Das habe ich gesagt. Das müsst ihr euch merken. Hier haben wir die 500 Tacos. Ich habe heute irgendwie voll mit dem hier. Ich feier lasse aber. Also erstmal, Robin. Dein Döner hatte Liebe. Dein Döner hatte Leidenschaft. Die lieben, was sie machen. Die haben da eine Fleischerei dran. Das ist was anderes. Das ist was Besonderes. Aber trotzdem mit gewissen geschmacklichen Defiziten. Da habe ich schon bessere Selfmade Döner gegessen. Die Soße hätte man für mich rauslassen können. War aber in Ordnung. Zum Schluss hat man sie kaum noch geschmeckt. Dein Döner, lieber Christian. War Standard sein Urbustvater. Das kann man nicht anders sagen. Die Soße haben sie aber gut gemacht. Die Soße haben sie gut gemacht. Ob sie eingekauft waren oder nicht. Es war wirklich vernünftig. Fleisch war natürlich nichts bei dem Ding. Aber da geht man nicht hin, wenn man ein leidenschaftlicher Fleischesser ist. Sage ich mal jetzt trotzdem. Geht man nicht zu dem Laden. Da möchte man das Gesamtergebnis. Dir, lieber Robin, gebe ich für deinen Döner 7,8 Punkte. Ohne diese Soße hätte das besser ausgesehen. Und das ist wirklich für mich auch privaten Döner, den ich wirklich hier wahrscheinlich bevorzugen würde. Für dich, lieber Christian, gibt es an dieser Stelle 6 Punkte. 6 Punkte. Du bist der Gewinner, Robin. Ich wusste es. Der hebt sich nicht aus der Menge raus. Deshalb gibt es für dich die 500 Euro heute. Und ich frage dich auch, nimmst du diese 500 Euro oder gehst du in eine zweite Runde um bis zum möglichen 3000 Euro? Ist das dann nur für Leipzig? In dem Fall, wenn du jetzt mitgehst, ist diese Runde nur für Leipzig, wegen euren Kommentaren auch und sonst deutschlandweit. Es geht safe um 1000 Euro. Aber ich sag mal so, Leute, ich zähle auf euch zumindest bei 15.000, 20.000 Likes. Und dann gibt es nämlich zumindest 2000 Euro, ist ja auch schon was. Aber bis zu 3000 Euro kann das hochgehen. Was sagst du? Und es geht nicht mal um Döner. Es geht um eine Runde, die ich dann erst bekannt gebe. Ach so. Ja, es geht nicht mal um Döner. Es wird um was anderes. Nee, dann nehme ich die 500. Ehrlich? Ja. Zu 100 Prozent. Sicher? Kennst du nicht über irgendwas anderem hier aus? Nee, ich bin nur der Döner Freak. Was überletzt den anderen? Die Like-Regelung zählt trotzdem. Für die nächste Runde, jetzt könnt ihr deutschlandweit euch bewerben. 10.000 Likes, 1000 Euro, sprich 1000 Likes, 100 Euro bis zu 3000 Euro. Hier die 500 Euro für dich. Ja, danke fürs dabei sein, Jungs. Kommentieren, kommentieren, kommentieren. Das klappt. Gerne, gerne. Das ist krass, das Bettel. Ein Bettel auf jeden Fall. Grüß Jungs an euch. Hat Spaß gemacht. Und an alle euch da draußen, sage ich bis zum nächsten Mal. Ja, lasst den Daumen oben knallen. Absolut. Ja, lasst den Daumen oben knallen. 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 Ja, lasst den Daumen oben knallen.